Hallo und Willkommen zurück bei Minecraft und heute sind wir wieder auf dem Triterm-Server von Bergwerk Labs und ja ich habe es auch ewenig gespielt, es gibt ein paar neue Module, außer das jetzt und ich hoffe, dass wir vielleicht mal ein bisschen erfolgreicher sind. Ich bin in dem Modus ja kacke, wie ihr gerade seht. Ne, also irgendwie liegt der mir nicht. Ihr wisst ja, dass ich gerne so eine Jump Map spiele und gerne trainieren möchte. Eigentlich macht der doch Spaß. Wenn man so doof ist wie ich, dann ist das ein bisschen anstrengend. So, da habe ich sogar die schwierige Variante genommen anscheinend. Oh, was ist denn das hier? Oh, wie ekelhaft. Oh, da hätte ich... Oh Gott, das ist doch knapp. Oh nein, so eine Eisblöcke. Ich weiß nicht, ich tippe wieder übelst auf der Tastatur rum. Boah, Alter. Nein, ausgerechnet den Sprung kriege ich jetzt nicht hin, oder was? Oh, und ich bin nicht gelaufen. Sehr schön. Komm schon, das ist unnötig, jetzt hier so ein paar Pups zu verschwenden, ihr wisst ja. Drei Fehler und ich kriege zwar eine leichtere Map, aber viel weniger Coins, die für das PvP wichtig sein werden. Noch, komm. Ja, super. So, jetzt soll es einfacher gehen und ich komme nicht weiter als vorher. Super. So, da, 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 da. Och, komm. Unnötig, da eben so zu verlieren, aber was soll's. Und ich tippe wieder auf das Tastatur. Oh, das war knapp. So, knapp. Och, man! Komm schon Blumentopf-Modul, das sollte doch klappen. Okay. Wir haben gut angefangen und sehr gut nachgelassen. Sehr, sehr gut nachgelassen. Super. Das wird nichts. Ich könnte mich auch in der PvP-Runde verstecken bis am Ende und abstauben, aber das ist eigentlich schwach, denn das ist nicht mein Stil. So, nächstes muss... Herzhaft. Och, komm. Ey, wie doof war das denn? Ja, jetzt mache ich es mit einem Sprung oder was? Komm. So. Ei, ei, ei. Das war zu früh gesprungen. Das war viel zu hektisch. Das ist auch mein Problem hier. Wobei, der eine ist fast am Ende. Man, ernsthaft. Macht ja keinen Spaß, wenn ich so schnell da durchkomme. Das war zu früh. Ich sehe ja meine... Ja, komm. Ich sehe meine Fehler ein. Ich bin teilweise echt zu hektisch. Ja, schon bei 92 ist es fast fertig. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Nein. Nein. Prostensier dich. Ich bin jetzt noch auf das Modul. Sehr schön. Ich habe zwar nicht wirklich viele Coins, oder? Ich kann nur noch besser als Jump League. Für Jump League sind die Module noch viel, viel schwerer. Aber wenn ich mich so dumm anstelle wie hier, dann bitte... Na, komm. So viele verschenkte Punkte wieder. Ach komm. Ach komm schon. Das Modul will ich nochmal schaffen. Sehr schön. Auch wenn ich nicht so viele Coins bekommen habe. Ja. Bringen wir mal eine Idee, Bobby. Oh nein, das Blurad gegen Simsalam, wo du... Ich hasse es. Hä? Haben wir es falsch gemacht? Ne. Oh. 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 So. Hier hoch? Warum schafft er das Ende nicht? Der 97? Oh. Wie geht es lang? Oder auch nicht? Da. Nein. Das war doof. Äh. Ja. Oh. Komm schon. Toll, wenn es zu spät ist, dann gehe ich sowieso hier. Ein brutales Risiko und dann läuft es besser. So. Hier oben. Verdammt. So. Fertig lang. Richtig. Ich glaube wir anders gehen können. Egal. Bei Simsalam. Komm. Nicht nach. Verdammt. Na ja, sind eigentlich relativ weit gekommen. Wollen wir kurz einkaufen? Ich glaube ich nehme doch Eisenschwert. Einmal verzaubern wenigstens. Mal gucken was wir noch rauskriegen können. Aus 900. 300. 2. 2. Tipp. Tipp. Wie viele haben wir noch? 100. Äh. Mal versuchen wir uns davon. Hm. Spektal. Schütten. Ne. Extraherzen geht nicht. Ein bisschen essen. Ein paar Pfeile und Bogen. Ah hier. So. Ein paar Pfeile falls wir noch einen Bogen kriegen. Skippt. So. Ich habe es ausnahmsweise mal nicht gekürzt. Ich hoffe das geht schneller weiter. Was haben wir denn jetzt bekommen? R1. Na gut. Wenigstens haben wir Eisen an. Das ist ja wenigstens etwas. Ach komm skipp doch einfach mal ganz kurz. Ich bin heute ein bisschen Schneidfaubel. Tut mir echt leid. Deshalb kommen jetzt auch wieder ein bisschen kürzere Aufnahmen gerade weil meine Nase bisschen rumzwickt. und so Let's Play mäßiges. Ähm. Ein bisschen ungünstig gerade ist. Entschuldigung. Hab jetzt gespräch weiter. Ja. Na gut. Ach Angler. Ich asse Angler. Ja. Oh komm. Was? Boah. Es regt der oder was? Oh der gewonnen hat. Okay, abgenutzt. Können wir vielleicht noch irgendwas hier reißen? Sieht ganz schlecht aus. Frankel! Alita! Frankel! Ich weiß nicht, ob wir da abstaubern. Lass doch mal deine Angel weg. Hup! Komm, ich bustle dich. Jo, genau! Er bustelt mich. Au! Au! Sag mal! Ja, also so langsam sollte ich weit genug weg sein. Ja, genau. Ich bin am Arsch. Ich renge nicht, ich bin am Arsch. Jo, ich bin tot. Machen wir noch mal eine Runde ran. So, da sind wir in der nächsten Runde. Und ich hoffe, das wird jetzt besser. Oh, geht schon los. Das gehen wir schnell. Ui! Wo du Sackreißen ist natürlich auch ein schöner Name. Der schaut nun gerade sehr stark an YouTube. Und ich habe kein Aufruf! Wooh, nee, Guhh! Ich hasse die Sprünge! Unlucky-Race-Rummsprünge, ja, Mann. Also diese Ecksprünge hätten sie echt mal lassen können. Uhuhu. Okay, diesmal die ersten beiden Module zumindest schon mal geschafft. Wow. Oh. 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 Puh. Komm schon. Nein! Oh, wie kann ich denn das verkacken? Nicht wieder zu ungeduldig werden. Wie so oft. Komm schon. Jawoll. Och nein. Das haben wir doch eben erst. Uh. Oh, ich weiß gar nicht, ob es denn eine Aufnahme jetzt war oder nicht. Ich habe eben nur eine Gabi, die war noch beschissener, die habe ich gelassen. Da ging gar nichts. Ein bisschen... Oh. Muss man ja mal schaffen hier. Oh. Oh. Okay, das war sowas von unnötig. Oh. Oh. Komm schon. Oh. Komm schon. Komm jetzt hoch da. Mann. Noch nicht so schwer eigentlich. Chuck. Schuck. Och nöööööööööööööööööööööööööööö. die ich kacke finde. Ich verwaltige echt gerade die Tastatur. Moment, wie viel lang? Nein, 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 nein! Och, ich komm da eh nicht hoch. Och Gott, das war so gut gesprungen. Aber am Ende einfach mal rübergepfeffert. Ich hab einfach gar nicht gesprungen. Okay. Glückwunsch! Das haben wir jetzt mal wieder richtig schön verkackt. Jetzt bin ich wieder ungeduldig. Okay, konzentration. Wobei, der eine ist schon 91, willst du mich verarschen? Komm. Ach! Wenn ich runtergehe, kann ich auch nicht springen. Komm, komm, komm! Nächsten ist das Modul noch. Dankeschön. Kann ich mal wieder so ein Kursmodul kommen? Die sind richtig geil. Nein? Hä? Na, das war doof. Fast Food von wegen. Ja, ist klar. Du mich auch. Tausend Tokens. Herzlichen Glückwunsch. Gut, jetzt holen wir es mal. Machen wir das so. Eisenbrustpanzer. Den Rest als Kette. Wenn etwas überbleibt. 380. Mit Verzaubern ist da nicht mehr viel. Wenn ich sogar gar nicht. Mist. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt können wir noch holen. Bogen. Ja. Und 3 Pfeile. Oh, wie schlecht. Wie schlecht. Aber die Leaves ist eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich. Na gut. Dann warten wir mal kurz auf die PvP-Runde. Ich bin ehrlich gesagt heute sehr schneidfaul, deswegen lasse ich es. Tut mir leid dafür. Ey, die Spiele sind eigentlich gelieft, nur weil sie nicht so viele Punkte haben. Naja, ich ziehe es trotzdem durch. Ich werde trotzdem verlieren. Kein vertaubertes Schwert. Nix. Ach komm schon. Ey, dass die nicht skippen können, die Leute. Das ist so nervig. Ich weiß nicht, ob sie sich dadurch toll fühlen oder so. Dass sie dumm sind zum Schreiben. Keine Ahnung. Jetzt geht es aber gleich los. Ich würde auch mal ein Schwert in die Hand nehmen. Och ne, ich kaufe aus dem Map auch noch. Und hier. Ach komm. Nein. Ach man. Gut, dann wollen wir doch mal hinterher. Komm komm komm. Komm komm komm. Jawoll. Ein grandiosen Kill. Okay. Ja, das wird nix. Das wird nix. Hat angehittet. Aber jetzt bist du dran. Danke. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Nicht so erfolgreich wie gedacht, aber egal. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wenn man hier runter fliegt, dann ist man echt der Arsch. Na, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, halt mich doch noch mehr hoch. Mist. Mist, Mist nicht. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Lass gerne einen Daumen darüber mich freuen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.